Als wir damals in der Großstadt waren und Besorgungen machten im Zentrum von Santiago, da sahen wir viele Betteleute und da habe ich mich vor diese Betteleute hingestellt und habe dir gesagt, also eins möchte ich, dass du dir merkst, du musst in dein Leben kämpfen. Den Tag, wo ich dich so sehe, den Tag bin ich nicht mehr deine Mutter. Die Kunst hat sich eigentlich so ergeben. Ich habe mich immer mit Zeichnen beschäftigt und das hat sich ergeben mehr als was ich es wollte. Ich wollte eigentlich immer Tänzer werden. Ich beobachte sehr viel, ich mag beobachten. Meine Bilder entstehen aus, was ich im Tag, irgendeine Begegnung, irgendwas gesehen habe. Gerade meine Stimmung. Wenn ich zum Beispiel cremig bin, dann werde ich wahrscheinlich mit dunklen Farben arbeiten und motivemäßig werde ich mehr einen Rücken zeigen. Oder wenn ich wütend bin, dann zeige ich gebalgte Körper oder aggressiven Farben. Ein guter Beispiel ist dieser Bodybuilding. Wir kannten uns nicht, wir haben uns begegnet. Es war eine sehr starke Kühle da und eine Unsicherheit. Und diese habe ich eben in diesem Bild rausgebracht. Ich meine, das ist ja ein Künstler, von seinem Standpunkt Dinge zu sehen. Dann habe ich eine Zeit lang wirklich fast ausschließlich nur mich porträtiert und gemalt. Und dann habe ich mich ohne Arme gemacht und möglichst dann nackt, um zu zeigen, dass man auch eine eigene Ästhetik hat. Ich habe eine ganze Serie über den Icarus, wo ich mich selber mit Flügel gemalt habe. Vögel haben mich schon immer fasziniert von der Leichtigkeit, von der Freiheit wegzufliegen, wo sie hin zu wollen. Und das war immer so, dass wenn ich zur Schule gegangen bin, da bin ich so unter einem Hochspannungsmaß vorbeigegangen, habe ich mich mal nach oben gesehen und dann habe ich die Federn runterkollern sehen. Und habe gesagt, da oben muss ein Nest mit, wie sagt man, Nestlinge sein. Und das gehst du irgendwann mal holen. Was passiert ist, was man mir erzählt hat, weil ich erinnere mich nicht mehr dran. Ich erinnere mich, dass ich mich bis vor den Pfosten gewesen bin und danach nichts mehr. Als ich den Vogelnest greifen wollte, der Vogelmutter rausgeflogen ist, herausgeflattert. Und durch diesen Flattern oder diesen spontanen Moment habe ich mich dann erschrocken und das Gleichgewicht verloren. Und um nicht runterzufallen, habe ich mich eben mit den Kabeln, die so um mich waren, festgehalten. Und dann ist es eben passiert. Ich wache den Krankenhaus auf, sechs Stunden später. Also ich war dann ohnmächtig. Nach drei Tagen, wo man versucht hat, also alle möglichen zu retten, weil die Arme waren ja verkohlt bis zum Ellbogen und weiter, also starke Verbrennung weiter oben, hat man mich nach Santiago de Chile gebracht. Und da hat man mich operiert. Da erst mal nur bis zum Ellbogen. Und dann drei Monate später musste das nochmal operiert werden, amputiert werden bis zum Anfang der Schulter, weil Brand reingekommen ist. Ich war neun. Neun Jahre. Ich war neun. Ich war neun. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Auf irgendeine Art und Weise bin ich auch ein Exhibitionist und das finde ich gut. Also mir kommt das echt zugute. Allerdings weiß ich nicht immer, ich muss echt sagen, dass sich das durch meine Behinderung mehr oder weniger ergeben hat, weil es... Ja, die Leute gucken so oder so, ob ich ganz gescheit gekleidet bin oder ganz verrückt. Aber ich habe Spaß daran. Ich habe Spaß daran, den Leuten die Augen zu öffnen, wie dumm es ist, sich hinter so bürgerliche Sachen zu verstecken und zurückzuziehen. Und wie glaubst du, sein Sie dürfen, um größer oder kleiner? Ja, etwas größer, kann man das da vielleicht... Ja, ein Weichkäse. Ein Weichkäse? Ja. Mild oder mit Kräuter? Ein milder... Dann seht ihr, der wäre dann dieser, der wäre ganz wunderbar. Also mild, sahnig... Das ist ein Weichkäse. Ja. Und jetzt? Ähm... Das ist ein Weichkäse. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und als ich das bemerkte, versuchte ich in Gesprächen mit Ärzten, mit Psychologen herauszubekommen, wie ich dir helfen konnte. eine uralte Maschine und als ich dann, ich nähte immer so abends, so von 1 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens, gerade die Zeit, wo die Leute schlafen wollten und da die so gerattert hat, hat sie unten das ganze Haus übrig. Da hatte ich jemanden, der andauernd die Tür klopfte, ob das doch nicht leiser ging. Da habe ich einfach ein Kissen drunter. Ich hatte es ja so weit getrieben, dass ich mich angemeldet habe, um eine Operation zu machen und zwar mich als Frau umzuwandeln. Da habe ich ihnen die Entscheidung total überlassen, weil ich der Meinung war, dass es er war und es ist seine Person. Und dies war für mich klar, dass der Ernst diese Entscheidung auch für sich, so schwerwiegend wie sie war, musste er sie alleine tragen. Ich habe mir dann noch intensiver Gedanken darüber gemacht, warum ich eigentlich eine Frau sein wollte und dann habe ich nur festgestellt oder bin ich zum Ergebnis gekommen, dass ich akzeptieren werden wollte in meine extreme Art. Ich sah Frauen, die durften Hosen tragen, niedrige Schuhe, sich die Haare fast kahl schneiden. Die dürfen alles tragen, ohne dass sich großartig jemand darüber aufregt. Ich meine, okay, es regen sich einige auf, aber es wird immerhin noch akzeptiert. Sie können überall reinkommen, eingelassen werden, sei es in eleganten Abendkleider oder total verlottert oder was auch immer. Die haben also die totale Narrenfreiheit als Frau in Beziehung, Klamotten. Ich habe mich ja deswegen dann auch nicht operieren lassen. Ich habe gesagt, also wenn das der Grund ist, ist es nicht wert, durch so viel Schmerz und Leid durchzugehen. Und ich hatte von Krankenhäusern die Schmerze voll, das wollte ich also nicht durchmachen. Ich versuche meinen eigenen Körper ästhetisch darzustellen und dadurch ist auch diese ganze Performance-Reihe entstanden. Dadurch, dass, als ich in Kassel war, mein Professor gesagt habe, dass es eigentlich eine wandelnde Performance wäre und ich bräuchte also überhaupt mich nicht anzustrengen. Alles, was ich täte, wäre eine Performance. Dann habe ich natürlich angefangen, diesen Begriff Performance zu studieren. Was ist eine Performance? Und ich bin echt wirklich dazu gekommen, dass es eine verschlüsselte Form von Ausdruck ist. Das ist alles, was es ist. Und verschlüsselt ist natürlich für die Leute das, dass sie nicht wissen, wie ich dazu gekommen bin. Dass, wenn sie mich sehen und einfach nur ein Ergebnis sehen, neugierig sehen, was dahinter steckt und dadurch ein Gedankengang in Gang gesetzt wird. Dann später, als ich nach New York gegangen bin, dann habe ich also Performance gemacht. Die Venus von Milo, die ist dadurch entstanden, dass ich zeigen wollte, die Ästhetik des behinderten Menschen. Und dann habe ich gesehen, wie viel Stadmen bewundert sind wegen ihrer Schönheit. Und durch Unfall oder durch irgendwas haben sie dann auch die Arme verloren. Und an der Schönheit und der Ästhetik haben sie gar nichts verloren. Lieber Flere sind eine Ausführung. geometrie mit Arenberger destiny Hola. Vielen Dank mirät. Tschüss, tschüss. Arme. Applaus 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 aus diesen Buchen und ich war also sehr, sehr glücklich, ich fand das total gut und habe angefangen zu fliegen. Es klappte alles sehr gut, bis ich auf den Moment gekommen bin, wo ich Leute treffen musste. Plötzlich wurde mir bewusst, dass Flügel zu haben so etwas Abnormes war, dass man es wieder verstecken musste und ich lieber mit einem Buckel rumlief, als mein Flügel zeigen würde, weil in dem Moment, wo ich meine Flügel zeigen würde, würde ich in Gittern gesperrt werden, um als Sehenswürdigkeit gesehen zu werden. Sollte 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020